Was ist, wenn ich euch sage, dass wir uns heute die krassesten, jemals erspielten Fortnite-Fails und epische Siege anschauen? Bleibt bis zum Ende dran, der Erste, der wow sagt, kriegt ne Gurke von mir geschenkt. Ihr wisst Bescheid, Leute, benutzt den Greater Code 7. Greater Code 7. Lasst ein Like da und viel Spaß bei den Clips. Das Video von Red Arcade ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, dann schauen wir uns jetzt mal hier die Dinger an, wie gut die sind heute. So, schauen wir mal. Gute Transition, gute Transition. So, mal gucken, was der hier macht. Alter, der hat aber krass gemacht, ne? Das war krass, Digger. Muss ich sagen, Leute. Oh, oh, oh. Das war ein Glitch, Leute. Das war ein Glitch. Der Arme im Auto. Warte, 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 ne, der war gar keiner im Auto. Hä? WTF? Hä? Ich sag euch, die Clips sind wieder zu heftig. Was ein Team-Mate, alter. Als ob die den nicht sehen auf dem Spornbus, alter. Ich glaub's nicht. Ey, aber die Skimm-Kombis auch wild. Alles blau, ne? Er ist gleich down. Komm schon, hol ihn. Alter, komm. Aber er ist krass geslidet. Muss man ihm sagen. Ja, moin. Okay, ich glaube, das war der lustigste Fortnite-Clip, den ich jemals gesehen hab. Ich schwör's euch. Alter, war das gut. Ah, der war zu gut, alter. Ey, ich muss selten bei Fortnite-Clips so richtig lachen, ne? Nee, Mann. Der war krass. Ich muss... Ich muss noch immer an den denken. Nee, Mann. Was? Aber diese Granatwaffe ist so unfair manchmal. Breakfast. Ich sag euch, die NPCs waren so dumm bei Winterfest. Was? Duh. Was? No way! No way! No way! Die! Die! Oh, lord. Gleichzeitig. Ich hab das sonst immer nur bei Sniper-Clips gesehen. Oh, what? Oh. Oh. Locked. Boah, der ist einfach von oben tele... Boah, der ist einfach zu Galactus geflogen. Alarm! Alarm! Ja, okay, das kennen wir alle. Alter, aber guck mal wie viel kmh. Das wusste ich gar nicht. Das stand einfach 400, 500, ne? Yeah, wir sind Brüder. Yeah, alle mitmachen. Ja, das ist cool in der Lobby. Er macht was anderes. Nein, er kackt einfach rein. Ich kenn den Spot gar nicht. Oh, god. Das ist so gut. Ey, ich seh den Spot zum ersten Mal. Wow. Der fetzt so runter. Zehner, der fetzt... Ja. Ich wusste, dass der runterfetzt. Warte mal, das war doch nicht real. Das war nicht real, warte. Das will ich nochmal schauen. Ja, okay, da wurde ein Cut gemacht. Hab ich's doch gesehen. Wer will zu verarschen? Und tot. Ja, doch nicht. Stimmt, der Spider-Man. Hä, hat der auch wieder so ein komisches... Ey, ich muss mir mal deinen Clip denken, wo er die gefurzt hat, ne? Schon wieder. Ey, Mann, Dinger. Der schwimmt einfach in der Luft. Drück doch! Ja, aber manchmal sind die auch verpackt, die Dinger. Ich schwöre, das sind meine Fights. Genauso fight ich auch, Alter. Das ist mir noch nie passiert, leider. Hä? Was machen die denn? Okay, jetzt hab ich nicht gerafft. Ich schwöre, der war lustig. No joke, der war lustig. Alter. Oh mein Gott, was war das denn für ein Aim? Alter. Das war schlechter als ich. Ja, die sind so geil, die Clips heute wieder. Ich liebe es. Hammermäßig, Mann. Ich sag's euch. Der Kate ist einfach heftig. Aber der stirbt. Nein, der stirbt, der stirbt. Der andere auch direkt. Oh, jetzt kommen die epischen Wins, Leute. Mal gucken. Oh ja. Komm schon, geiler Trickshot. Ich seh's, komm. Oh. Oh. Wow. Wow. Es fängt gut an. Das fängt richtig krass an, Männer. Halt's Maul. Halt doch's Maul. Alter, war das geil mit dem Besen grad. Dieser Salto. Das war richtig, richtig clean. Ja, okay. Das war jetzt so 0815 Trickshot. Aber die anderen waren krass bis jetzt. Der war auch nice. Nicht alle sind krass, aber die am Anfang, ey. Oh, let's go. Boah. Krass auch. Oh, juhu. Und noch ein Ding an. Was geschmissen. Haben wir jetzt auch noch. Egal, Egal. Ich lieb sowas. Wenn die sich dann noch so durcheditieren und so, Mann. So machen, weißt du? Ja, es ist so geil. Auch stark. War geil. Ja, der Glitch mit den Dual Pistols. Oh, let's go. Oh. Ha, ha, ha. Schön mit der Harpune, Minion. Komm, ich will noch mal zum richtig geilen. Mit editieren und durchgehen und so. Das sind halt meine Liebsten. Oh, hat der ein Salto gemacht? Und dann getötet? Wow, okay. Das war geil. Auch cool. Sieht auch mega clean aus. Oh, ich dachte, er editiert und so. Wobei, ja. Ja, es ist... Mit den Ufos noch. What? What? Das will ich ganz kurz analysieren, Digga. Was hat denn der da alles geworfen? Benzinkanister? Halt's Maul. Was für ein Timing du da haben musst. Oh, let's go. Geil. Das sind ja so Leute, ne. Die machen nichts anderes als Trickshot manchmal, glaube ich, gell. Oh. Ich muss doch immer an die eine Denkburg gefurzt hat, Alter. Ja, sowas finde ich auch gut. Digga, du... Das Ding ist, du musst ja erstmal sowas bauen. Wie willst du das bauen? Gut, die machen nicht alle in einem offiziellen Match, ne. Die spielen nicht alle offiziell. Manchmal auch Dinger spielen, die kreativ oder so. Oder was anderes oder privates Match. Boah, der war auch gut. Schön. Geile, geile Clips heute. Leute, heftige Clips. Rated Kate unten in der Beschreibung. Ich sage euch ehrlich, mein Lieblingsclip war das eine, wo die gepupst hat. Also der war hart lustig. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Credit Code Seville. Ciao, ciao. Ciao.